Da wären wir wieder und das geht weiter mit unseren klieglichen Versuchen da rüber zu kommen. Loading, 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 loading. So. So. Oh mein Gott. Mal mal. Load. Ah, ich muss mich dabei komisch drehen. Mal sehen, ich könnte ja... ...so ein paar Teile machen. Vielleicht klappt es besser. Super. Load. Nochmal. So. So. Oh mein Gott. Das ist viel zu schnell. Load. Aha, auf zu. Warum hast du nicht gesprungen? Dummes Testobjekt Nummer 73.007. Oder so. Oder so. Was? Hä? Okay. Was war denn das jetzt? Ich glaube, wir konnten da ein Portal machen, oder? Okay. Okay. Ich warte nur... ...hier rüber. Aber ich warte bis... ...vor... ...ich speicher. Speicher und gehe da jetzt so rüber. Oh mein Gott. Okay. Ach, unser Kubus. Ach so. Ach so. Wir können ja hier ein paar Teile einfach hin machen. Dann fallen wir runter. Bam. Ach ja, weil ich wahrscheinlich nicht mal nicht erwähnt hatte. Ähm. Okay. Cool. Scheiße. Okay, nochmal. Oh mein Gott. Okay, eben da hin. Jo. Wo sind denn die Teile? Da. So, da ist das Teil. Da müssen wir drauf landen. Und da drauf. Oh mein Gott. Das hat will getan. Und ich hoffe, ich habe jetzt das richtige Portal gemacht. Ah, und dadurch... Gott, was müssen wir denn aktivieren? Da irgendwas? Ah. Stimmt. Komm mit, Kubus. Wir brauchen dich. Und jetzt ist das Ding da offen. Wir können durch. Wir haben das Level geschafft. Juhu. Es hat drei Videos, glaube ich, gedauert. Aber wir haben es geschafft. Ich bin glücklich. Jetzt kommt noch der Endboss. Safe. Safe. Juhu, fröhlicher Mensch und Kuchen. Ich bin froh, dass du hierher kommen würdest. Ich wurde gesagt, dass du hierher kommen würdest. Wir beginnen von diesem Punkt. Das ist ein bürgerungsgeräusch. So, gib mir das Geräusch zurück. Bitte. Da, da ist es. Jetzt bitte, komm hierher. Ich bin froh, dass du hierher von der Party bist. Seid dich frei, um zu besuchen. Eine Party. Loading. Was ist mit der Party? Loading, mach inne, los. Loading, loading, loading. Ja, wenn du mir jetzt abstürzt, dann hasse ich dich. Das liegt aber lange, musst halt viele Partymitglieder laden. Hallo? Ah, okay, oh mein Gott. Speichern. Safe game. So. Hallo, Abby. They're waiting for you in the employees' lounge. It's the next door on your left. Nächste Tür zu meiner linken ist die Party. Hallo? Congratulations, Abby. You made it. Look, guys. Our very first test subject to reach the end of the test alive. It's fantastic. I can't believe it's happening right now. Okay, listen. I know we promised you cake, party and all. But they're going to bug Jagos, our new Global Artificial Intelligence, in a few minutes. And of course, we can't miss it. And of course, we can't miss it. You know, we were working on this project for 15 years. I'm pretty sure you know what it means. I'm pretty sure you know what it means. No party for the moment. So, here's the deal. We offer you to witness this event, alive, with us. We offer you to witness this event, alive, with us. With these two great success in a single day, prepare yourself for the greatest party of the century. Take that, Black Maser. Take that, Black Maser. Okay. Okay. Wir müssen zu Porte. Äh, nicht zu Porte. Oh, ein kleiner Hund. Äh, zu GLaDOS. Wo war GLaDOS? Ich fährst mir einen Kuchen. Viel Kuchen. Dann nicht. Okay, wo war GLaDOS? Hier ist kein GLaDOS. Da geht's nicht lang. Und das GLaDOS bestimmt hier. GLaDOS. 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 Wo bist du? Hallo. Hallo. Ist das so leer? Ah, ich find's toll, dass man hier mal so hinter die Kulissen schauen kann. Sag ich mal. Oh, hallo. Hallo Kisten. Oh, da ist wohl einer verreckt. Oh, hallo. Wir müssen da glaube ich hin und uns die Porte anholen. Damit wir dann gegen GLaDOS antreten können. Hallo. Mike hat mir den Weg gezeigt. Seid mich bitte. Immer doch. Los, auf vor. Apertory Laboratories. Los mach hin, dicker Professor. Aha. Das ist ein Teil von GLaDOS. Auf der Seite. kann? Ach, ich bin halt. Ja. Hier ist precedent. Hier sind wir. Right and it should be there. Good luck and have a nice day. Right and turn right and turn right and then we are there. Or something like that. No, 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 no. Open the door. Hum, hello. We are kind of having a meeting right here, you know. Could you please get the fuck out of here? What do you want to get the work out of here? Yeah, always. Now we are going to turn right now. We can't turn right now. That turn right now. Ah, there you are. Follow me. You are not allowed to enter Nato's room directly. Instead, you are going to use our service tunnels to reach you. Don't be afraid. There is nothing in there. Just follow the tunnels. See you later. Okay, what is here in Tafferburg, see you next time. See you later.